Na alle zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar geht es heute mal wieder um so ein kleines Achievement. Heute ist es nämlich wieder ein Quest-Achievement und zwar heißt das Feuerwerk in Freihafen und für dieses brauchen wir eine Worldquest und zwar heißt die Worldquest Schrubbtas. Und diese ist jetzt nach sehr sehr langem Warten bei mir mal ab. Die befindet sich nämlich, wer hat das gedacht, hier unten einmal im Freihafen und für diese müssen wir 100 Piraten einmal abschießen. Wie funktioniert das? Wir müssen hier auf diesen Reitpapageien drauf und für das Achievement müssen wir nicht die Piraten abschießen, sondern wir müssen so Vorräte hier abballern. Und ich habe mir da schon ein kleines Add-on bzw. ein kleines Makro gemacht, wo mir über TomTom-Koordinaten die Sachen angezeigt werden. Vielleicht nochmal hier auf der Map, ich werde das euch auch in die Infobox reinpacken. Und die Sachen müssen wir jetzt mal abwerfen. Wir könnten jetzt in den Schlachtzug gehen, dass die Piraten nicht zählen. Ich denke mal, sollte nicht notwendig sein. Ich schieße jetzt einfach mal nur das Zeug ab, das ich brauche. Also hier muss gleich irgendwas liegen. Jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Irgendwo hier muss es liegen. Jetzt fliege ich gleich. Ist es das hier? Ne, es hat jetzt nicht gezählt. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich nur die Sachen abwerfe. Warte mal, schießen wir da hinten mal rein. Ne, das war es auch nicht. Genau hier muss es liegen. Man sieht das Zeug halt echt schlecht, ne. Und ich bin jetzt gerade am gucken, da sehe ich es, also eigentlich müsste es etwa hier liegen. Ah, da, warte mal, hier oben ist ein Festmahl. Ah, schau, das war das Erste. Okay, da oben war das Festmahl, wir haben das Erste gefunden. Das Nächste. Hier sehe ich nichts. Ich kann auch vielleicht mal den Sound anmachen. Oh, den habe ich an. Mal ein bisschen lauter. Also, das Erste haben wir schon mal gesehen. Okay, das war gut. Hier das Nächste. Ah, das ist das da unten. Seht ihr das? Oder? Ah, das war das Zweite? Okay. Gut, zwei haben wir gesehen. Wir fliegen jetzt einfach ein paar Runden, bis wir es haben. Das sind wirklich so große Festmahldinger. Die sieht man eigentlich ganz gut. Irgendwo da drüben müsste es sein. Irgendwo hier muss es eigentlich sein. Ich sehe es aber ums Verrecken nicht. Nein. Also, ich bin da vorhin schon mal per Fuß hingelaufen. Da habe ich leider nichts gesehen. Jetzt muss es ziemlich genau irgendwo hier vor mir sein. Irgendwo hier ist es das hier. Ah, schau mal, man kann auch drüber. Der Karren ist es. Okay, jetzt haben wir quasi... Das ist das Erste hier oben. Man kann auch drüber fahren. Der Karren hier ist das Zweite. Gut. Dann war unten das eine Ding. Jetzt brauche ich bloß noch oben das Letzte. Das müssen wir noch finden. Und ich habe erst drei Piraten. Also, ich kann theoretisch schon mal ein paar abschießen. Das sollte jetzt eigentlich gar kein Problem sein. Also, hier war das Nächste. Hier unten. Aber dann können wir die World Club auch gleich mitmachen, wenn wir hier schon dran sind. Also, die drei haben wir schon. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wo das da oben ist. Das letzte Teil, das fehlt mir leider noch. Ähm. Dieses hier muss es sein, ne? Irgendwo... Irgendwo da unten muss es sein. Ich weiß nicht. Oder ist es da unten drin? Ne, das war es nicht. Ja. Irgendwo hier oben muss es sein, ne? Ist es da oben drauf? Ah, schau mal, da oben ist es. Da oben ist es. Ich glaube, jetzt habe ich es gesehen, ne? Jetzt schieße ich mal noch ein paar Piraten ab. Äh, und... Also, ich höre mal bei 70, würde ich sagen. Stoppe ich mal. Und ich glaube, da oben habe ich es gesehen. Da müssten wir dann gleich mal gucken, ähm, dass wir, dass wir das dann nochmal holen. Das ist teilweise ganz schön tricky. Und die Dinger sieht man anscheinend nur, zumindest bin ich vorher, wo ich es abgelaufen habe, habe ich es hier nicht gesehen. Nur, wenn man hier, äh, wirklich rumfliegt, ne? Dann ist, bis man nämlich, glaube ich, einen Ticken anders gefacet. So, 50 haben wir. Jetzt müssen wir langsam, langsam dann stoppen. Also, hinter dem Haus auf der anderen Seite meine ich, dass ich was, dass ich was gesehen habe. Schauen wir mal, ob ich gleich richtig liege. Ah, doch, das, äh, hier. Da sind die Bananen. Seht ihr das da oben auf dem Dach? Ah, da haben wir es jetzt, Schiefenwind. Wunderbar. Nice. Damit sind wir mit Schiefenwind fertig. Das ist jetzt, bei der Horde brauche ich noch mehr Quest-Achiefments. Bei der Allianz war das jetzt mein vorletztes, das ich noch brauche. Also bin ich da schon relativ weit durch. Ich kann euch das gleich auch noch einmal, ähm, auf einem, auf einem Zweitschar zeigen. Ich bin jetzt gerade mit dem Hordenschar. Denn, ihr müsst, äh, vielleicht wissen, dass die Quests, die World-Quests bei Allianz und Horde unterschiedlich sind. Also die Horde und der Allianz hat nicht die gleichen Quests. Das hat ihrer Moral sicherlich einen Dämpfer verpasst. Ich kann euch das mal reinswitchen. Und er schätzt niemals die Wirkung psychologischer Kriegsführung. Da, das war jetzt das Achievement. Und mir fehlen jetzt bei der Allianz noch, äh, zwei Stück. Die sind ein bisschen, das sind auch World-Quests, die sehr, sehr selten da sind und ein bisschen trickier sind. Und ja, mit der Horde fehlt mir noch ein bisschen mehr, weil da dementsprechend, ähm, ja, weil das verschiedene Erfolge sind. Seht ihr, da fehlen mir jetzt noch eine ganze Handvoll, weil das dann Horden-only-Achiefments sind. Gut, das war's mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein. Würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.